Wer bist du nun eigentlich? Roman Rüdiger, Geschäftsführer und Vorstand Buddy e.V. Forum Neue Lernkultur aus Düsseldorf und Neuer Ashoka Fellow des Jahrgangs 2015. Beim Buddy e.V. geht es eigentlich darum, individuellen Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen zu fördern. Das ist mal ein Riesenthema. Wie machen wir das? Wir gehen vor allem heutzutage davon aus, dass Bildungserfolg, also das, was Menschen erfolgreich macht für ihr Leben, sich geändert hat. Früher war es vor allem Wissen, was man erwerben musste. Heute ist es neben kognitiven auch emotionale und soziale Kompetenzen. Das heißt, was tun wir? Wir haben drei Programme. Das ist ein bisschen komplizierter vielleicht als bei anderen. Wir haben nicht so einen Mono-Ansatz, sondern wir haben drei Strategien, in denen wir es tun. Wir arbeiten mit Eltern in benachteiligten Stadtteilen, 20 Prozent Bildungsbenachteiligte. Und da zeigen wir den Eltern, dass die eigentlich die Produzenten des Bildungserfolgs ihrer Kinder sind. Zweiter Ansatz Richtung Schule. Was ist das Problem der deutschen Schulen? Die Lehrerausbildung. Das ist die universitäre Lehrerausbildung, basiert noch auf den Grundlagen des Industriezeitalters. Wir brauchen inzwischen eine andere Schule, eine andere Form von Bildungserfolg, wie ich eben gesagt habe. Das heißt, wir versuchen, die Lehrerausbildung dadurch zu ändern, indem wir die wenigen Schulen, die schon nach internationalen, zeitgemäßen Standardarbeiten für diese Universitäten öffnen und den Lehramtsstudierenden die Möglichkeit geben, in diesen herausragenden Schulen zu lernen. Dritter und größter Ansatz bei uns ist, wir verändern Schulen. Die deutschen Schulen sind vielfach nicht zukunftsfähig, bereiten die Kinder nicht auf die Herausforderung des 21. Jahrhunderts vor. Warum? Weil wiederum eben Wissenstransfer im Mittelpunkt steht und nicht eben emotional und soziale Kompetenzen neben den kognitiven. Und das tun wir, indem wir Lehrerinnen und Lehrer und Schulleiter verändern in ihrer Haltung und in ihren Handlungen. Die aktive Rolle des Kindes ist, Kinder sind Lerner. Also wenn wir jetzt über Kompetenzerwerb sprechen, dann muss uns allen klar sein, kein Mensch kann einem anderen was beibringen. Lernen und Kompetenzerwerb ist immer ein individueller Akt. Das heißt, alle, die mir was beibringen wollen, machen nur Lernangebote und sind Begleiter. Das heißt, wenn wir die Lernarrangements so arrangieren, dass Kinder und Jugendliche Verantwortung übernehmen für ihr Handeln, für ihr Lernen, indem sie gestalten, erreichen wir viel, viel mehr, erreichen wir genau das, was wichtig ist, eben diesen Erwerb der Kompetenzen. Das heißt, wir stellen Kinder und Jugendlichen ganz zentral in den Mittelpunkt ihrer eigenen Lernaktivitäten und propagieren so etwas wie Peergroup Education. Das heißt, Schülerinnen und Schüler sind zum Beispiel Experten für Schule und für Lernen und für Lehrer. Und das nutzen wir, indem wir sie ins Zentrum der Aktivitäten in Schule stellen. Wann haben Sie den Entschluss gefasst? Wann ging es los? Gibt es da einen spezifischen Moment, den Sie hier in Worten? Der Erleuchtungsmoment, genau. Ich habe als junger Mensch immer wieder gesehen, dass in meiner Umgebung Freunde oder auch andere die Möglichkeiten, die in denen angelegt sind, einfach nicht ausgeschöpft haben. Oder dass man vor Problemen stand und unglaubliche Angst hatte, was daraus wird. Da sind wir ja auf der Ebene genau dieser Kompetenzen. Wie positiv sehe ich mein Leben? Wie gut bewerte ich mich? Ich habe mich immer gefragt, warum ist das so? Weil ich habe das nie so gesehen. Also für mich waren Herausforderungen immer Chancen und ich hatte nie Angst davor, dass irgendwas nicht passiert, sondern war immer sehr, vielleicht auch ein bisschen blauäugig, aber immer davon überzeugt, dass mir alles gelingen wird im Leben. Und habe dann eben festgestellt, dass viel damit zu tun hat, wie man aufgewachsen ist. Und welche Möglichkeiten man hatte, zu wachsen und zu lernen. Und das ist eben das, was mich immer sehr, sehr gestört hat. Und ich habe mich regelrecht darüber aufgeregt, wie viele Menschen die Potenziale, die in denen angelegt sind, nicht heben können und nicht wachsen können. Und das ist der Antrieb, das ist der Impuls, der mich bis heute eigentlich begleitet. Was sind so Charakteristika eines Changemakers? Also im Grunde können wir heute fast alles, was Richtung erfolgreiches Leben, glückliches, zufriedenes Leben angeht, subsumieren, unter einer positiven Haltung. Und was ist Haltung? Haltung sind geronnene Erfahrungen. Das heißt, über andere Erfahrungen, die man macht, über positive Erfahrungen, die man macht, kann man sein Leben auch immer verändern. Das heißt, es ist sicherlich eine riesengroße Erleichterung und ein riesengroßer Vorteil, wenn man von zu Hause aus sehr unterstützt, behütet und positiv aufgewachsen ist. Aber es geht auch, wenn man diese Erfahrungen nicht gemacht hat, eben durch andere Erfahrungen. Indem man Verantwortung übernimmt, indem man gutes Feedback bekommt, indem man in Gruppen arbeitet, indem man sich eingebunden fühlt, indem man die eigenen Kompetenzen ausleben kann. Das sind alles Faktoren, die wichtig sind. Großartig. Die Neuroplastizität des Lebens und das Gehörungs durch Lernen. Was denken Sie denn, oder was erwarten Sie heute von diesem Tag, natürlich neben dieser Ehrung, die heute Ihnen bevorsteht, was denken Sie, was nehmen Sie heute mit, was erwarten Sie von diesem Tag? Mit Konferenzen ist das immer so ein Ding. Was eine Konferenz gebracht hat, das weiß man meistens erst Wochen später. Also ich erwarte jetzt nicht, dass ich hier irgendeinen Impuls bekomme, der für mich total neu ist und der mich in eine andere Richtung bewegen wird. Also es ist eher so, dass es vielleicht Begegnungen sind oder Bruchstücke, die sich dann später zusammenfügen zu Möglichkeiten und zu neuen Ideen. Herr Rüdiger, vielen Dank für das Interview. Herr Bartholomeus, vielen Dank für das Interview. Herr Bartholomeus, vielen Dank.